Das 22. Kapitel Wie es bei der Hochzeit zuging und was er nachher anzufangen gedachte In dem Haus, wo ich wohnte, wunderten sich alle, daß ich eine junge Dame mit heimbrachte, und sie wunderten sich noch mehr, als diese Dame ganz unbekümmert mit mir schlafen ging. Denn was mir zugestoßen war, machte mir zwar allerlei verdrießliche Gedanken, aber so blöd, meine Braut zu verschmähen, war ich nun doch nicht. Ich hielt also meine Liebste in den Armen, und gleichzeitig gingen mir tausend Gedanken durch den Kopf, wie ich mich zu dem, was mir passiert war, stellen sollte. Einmal sagte ich mir, du hast es nicht anders verdient. Dann wieder meinte ich, mir sei eine ungeheure Schmach widerfahren, die ich nicht in Ehren verschmerzen könnte, ohne mich zu rächen. Doch wenn ich mir klarmachte, daß ich diese Rache gegen meinen Schwiegervater und daher auch gegen meine unschuldige, brave Liebste richten müßte, fielen all diese Gedanken wieder in sich zusammen. Und ich schämte mich so sehr, daß ich mich nirgendwo mehr blicken lassen wollte, und mußte doch bald erkennen, daß ich damit nun gewiß die allergrößte Dummheit begehen würde. Zuletzt beschloss ich, erst einmal die Freundschaft meines Schwiegervaters zurückzugewinnen und im Übrigen so zu tun, als ob mir nichts Schlimmes widerfahren sei und mit meiner Hochzeit alles zum Besten stehe. Ich sagte mir, weil sich alles so merkwürdig und seltsam angelassen und ergeben hat, mußt du es auch so zu Ende führen. Würden die Leute erfahren, daß deine Heirat dich ärgert und du gegen deinen Willen verheiratet worden bist, wie ein armes Mädchen mit einem alten, reichen Schlappsack, hättest du auch noch den Spott davon. In solchen Gedanken stand ich früh auf, obwohl ich gern länger geschlafen hätte. Als erstes ließ ich meinen Schwager zu mir bitten, der mit der Schwester meiner Frau verheiratet war. Ich erinnerte ihn daran, wie nah wir nun verwandt seien und bat ihn, seine Liebste ebenfalls kommen zu lassen, damit sie bei den Vorbereitungen für das Hochzeitsmahl helfen könne. Wenn er selbst versuchen wolle, bei unseren gemeinsamen Schwiegereltern ein gutes Wort für mich einzulegen, würde ich inzwischen Gäste einladen, die die Versöhnung zwischen mir und ihnen dann vollenden könnten. Dazu war er gern bereit, und ich begab mich zum Kommandanten. Dem erzählte ich auf eine kurzweilige Art, in wohlgesetzten Worten, von der neuesten Mode Hochzeit zu halten, die ich und mein Schwiegervater erfunden hätten und bei der es so schnell zugehe, daß Verlobung, Kirchgang und die Ehe selbst allesamt binnen einer Stunde vollzogen seien. Weil aber mein Schwiegervater an der Morgensuppe gespart habe, wolle ich nun stattdessen den ehrenwerten Leuten eine stattliche Abendmahlzeit vorsetzen, zu der ich hiermit auch ihn untertänigst eingeladen haben wollte. Der Kommandant lachte sich über meinen komischen Vortrag fast kaputt, und das machte mich, weil ich sah, daß er in der rechten Stimmung war, noch kecker, indem ich mich nun auch noch für meinen Unernst entschuldigte. Andere Ehemänner seien vier Wochen vor und nach der Hochzeit nicht bei Trost, hätten also vier Wochen Zeit, ihre Torheiten nach und nach unbemerkt wegzudrücken und könnten hierdurch ihren zeitweiligen Mangel an Verstand einigermaßen verbergen. Mich hingegen habe die Heiraterei schlagartig überfallen, deshalb müßte ich auch die Narretteien auf einen Schlag als eine geballte Ladung fliegen lassen, um mich nachher desto vernünftiger in den Ehestand zu fügen. Der Kommandant fragte mich, wie denn der Ehevertrag aussähe und wie viele seiner zahlreichen Dukaten mein Schwiegervater mir als Mitgift gebe. Ich antwortete, unser Heiratsabkommen bestehe nur in einem Punkt, nämlich, daß ich und seine Tochter ihm in alle Ewigkeit nicht mehr unter die Augen kommen sollten. Weil aber weder ein Notar noch Zeugen dabei gewesen seien, hoffte ich, die Sache könnte wieder rückgängig gemacht werden, vor allem, weil alles Heiraten doch auf Verbreitung und Festigung von guter Freundschaft zielte. Es sei denn, mein Schwiegervater habe mir seine Tochter in die Ehe gegeben, wie Pythagoras es mit der Seinen gemacht habe, was ich mir aber nicht vorstellen könne, da ich ihn meines Wissens nie beleidigt hätte. Mit solchen Schwenken, die man in dieser Stadt von mir nicht gewohnt war, erreichte ich, daß der Kommandant versprach, bei meinem Festmahl zu erscheinen und auch meinen Schwiegervater zum Mitkommen zu bewegen. Außerdem schickte er mir gleich ein Fass Wein und einen Hirsch in die Küche. Ich aber ließ alles zurichten, als wollte ich Fürsten bewirten und brachte auch eine stattliche Anzahl ehrenwerter Gäste zusammen, die sich nicht nur prächtig miteinander amüsierten, sondern auch den Schwiegervater und die Schwiegermutter mit mir und meiner Frau so gründlich versöhnten, daß sie uns schließlich mit mehr Glückwünschen überhäuften, als in der Nacht zuvor mit Verwünschungen. In der ganzen Stadt aber wurde herum erzählt, wir hätten unsere Trauung absichtlich so seltsam arrangiert, damit uns nicht irgendwelche boshaften Leute einen Streich spielen könnten. Und mir kam diese schnelle Hochzeit tatsächlich in gewisser Hinsicht gut zu Pass. Denn wenn ich nach dem üblichen Brauch geheiratet hätte und alles auch von der Kanzel herab angekündigt worden wäre, hätten sich vermutlich ein paar Weibsbilder berufen gefühlt, mir allerlei Hindernisse in den Weg zu bauen. Unter den Bürgerstöchtern hatte ich ja doch ein halbes Dutzend, die mich nur zu gut kannten. Am nächsten Tag bewirtete mein Schwiegervater die Hochzeitsgäste, aber längst nicht so gut wie ich, denn er war ein Knauser. Nun kam er auch auf die Frage zu sprechen, welchem Gewerbe ich in Zukunft nachgehen und wie ich meinen Haushalt ordnen wollte. Und erst in diesem Augenblick wurde mir klar, daß ich meine herrliche Freiheit verloren hatte und von nun an unter einem neuen Regiment leben sollte. Ich spielte den Gehorsamen und sagte, zunächst einmal wolle ich hören, wozu mein lieber Schwiegervater mit seiner großen Erfahrung mir rate und mich daran dann auch halten. Der Kommandant lobte diese Antwort und sagte, es wäre eine Riesendummheit, wenn sich ein junger, frischer Soldat wie er mitten im jetzigen Krieg entschließen würde, das Soldatenhandwerk gegen ein anderes zu vertauschen. Denn es ist nun einmal viel besser, sein Pferd in eines anderen Stall zu stellen, als eines anderen Pferd im eigenen Stall zu füttern. Was mich betrifft, so bin ich bereit, ihm, wann immer er will, ein Fähnlein zu geben. Mein Schwiegervater und ich dankten ihm für diesen Vorschlag und ich lehnte ihn nicht mehr ab wie zuvor, zeigte dem Kommandanten aber die Aufstellung des Kaufmanns, der in Köln meinen Schatz verwahrte. Das hier, sagte ich, muß ich holen, bevor ich schwedische Dienste annehme, denn wenn in Köln bekannt wird, daß ich beim Feind diene, wird man mir dort die Feige zeigen und mein Eigentum behalten, denn solche Reichtümer findet man nicht so leicht auf der Straße. Beide gaben mir Recht und so wurde zwischen uns dreien verabredet und beschlossen, daß ich in einigen Tagen nach Köln reisen, meinen Schatz dort an mich nehmen und damit wieder in die Festung zurückkehren sollte, um nachher ein Fähnlein zu übernehmen. Gleichzeitig wurde auch ein Tag bestimmt, an dem mein Schwiegervater eine Kompanie und den Posten des Oberstleutnants bei dem Regiment des Kommandanten übernehmen sollte. Denn weil der Graf von Götz mit zahlreichen kaiserlichen Truppen in Westfalen lag und sein Quartier in Dortmund hatte, rechnete der Kommandant für den kommenden Frühling mit einer Belagerung. und bemühte sich um tüchtige Soldaten. Seine Sorge erwies sich dann jedoch als unbegründet, denn weil Johann von Wert im Breisgau geschlagen worden war, mußte Graf von Götz in jenem Frühling Westfalen räumen und wegen Breisach am Oberrhein gegen den Fürsten von Weimar operieren. das war ja nie für ein Washington-Eisen-Stand. Da war ja nie für ein und ich glaube, Vielen Dank.